Hallo Freunde der Bitte in der Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Karte Kalmsten. Ja, ich habe also alle Felder gekalkt, das habe ich erledigt und ein Feld gemäht. Aber mit dem zweiten Feld, da wollte ich noch warten und warum, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, ich werde mich erstmal wieder klein machen und an die Seite verduften. Da. Und hier seht ihr das Mähwerk stehen und der Traktor und der Traktor ist einfach zu schwach für das Mähwerk. Also der ist übers Grasfeld geschlichen wie ein Indianer auf der Büffeljagd und ne, das macht keinen Spaß. Deswegen werde ich den abziehen und mir für das Mähwerk im stärkeren Traktor. Äh, besäugen. Hier möchte ich mal gucken, ob ich noch was am Motor machen kann. So. Konfigurieren. Wir haben 150 PS. Geht da noch bissl mehr? 246. Ja, fast 100 PS mehr. So, das ist der, den wir haben. So, dann gibt es noch 171, 188, 209, 228, 246. Das ist das stärkste. Und das wird mich 47.000 Euro kosten. Das Geld investiere ich. Den werde ich behalten. Mit dem kann ich ja dann, äh, die Felder kalken. Das schafft er dann mit 246 PS. So. Äh, ich muss jetzt natürlich erst mal Geld verdienen. Ich kaufe wieder ein bisschen Monedas. Den schicke ich jetzt mal, gute Frage, wohl schicke ich mal den. Kommt der Fahrrad da schnell selber hin. Dann geht es flotter. Ich zieh mal da bisschen meinen Kopf rein. So. Das ist ja ganz gut. Da vorne rechts sieht man schon so langsam einige kalkten Felder. Aha. Da war ja schon ein bisschen fleißig. Hier rechts gekalkt, links gekalkt, Feld 1 gekalkt und Feld 3 auch gekalkt. So. Und ich als Chef darf da jetzt links abliegen. Das dürfen die anderen natürlich nicht. Aber ich darf das. Und du kriegst jetzt mein neues Zuhause. Beim... Hey komm, wir machen den hier. Der Düngerstreuer. Der passt zu dir mit der grünen Farbe. Das gibt deinen Stamm an. Gehängt zu mir. Zack. Dann kannst du aus. So. Jetzt brauche ich den LKW. Und dann werden wir mal wieder... ...Lüssig-Dünger verkaufen. Ich werde mal gucken, was wir überhaupt auf Lager haben. Ah, da sind noch ein paar Grasstellen. Aber das sieht man ja öfters, dass Gras durch Beton durchkommt. Deswegen stärkt mich das jetzt reichlich wenig. So, jetzt gucken wir mal. Bei unseren Produktionen... ... 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